so das sind wir wieder bei terraformers wir sind immer noch dabei den blauen weg zu gehen und das auf sehr schwer ist nicht so einfach wenn ich ehrlich bin gar nicht mal wirklich so einfach da können wir nicht den punkt da holen eigentlich können wir doch diesen punkt da holen ich weiß nicht was wir dahin bauen können wird sehen ja schon dahin gesetzt dass wir da mehr ressourcen bekommen also mehr importieren können ist nur die frage ich muss mal die farbe ändern das irritiert mich hier machen wir rot passt zwar nicht so ganz so ein winterberg aber ist wir lassen es jetzt gut genauso wie new berlin du kriegst blau ein bisschen einheitlicher hier wir sind immer noch dabei den mars zu kolonisieren und alle möglichen laden von ressourcen hier zu sammeln weil die müssen wir jetzt echt die meere langsam mal auf dem großen auf dem hohen punkt kriegen aber wir sind ja gut dabei erstmal holen uns die wärme dann müssen wir die auf stufe zwei haben wir machen das jetzt einmal bauen können wir erstmal nicht das machen lassen wir auch erstmal müssen nur gucken dass unser expansions punkt moment den holen wir uns kann sich anklicken ach so ich muss eine region ach bin ich doof ich muss doch ein region auswählen was ist denn besonders kalt hier das hier die region ist besonders kalt so dann brauchen wir meere wäre es das nächste ziel rettet die meere war denn noch eine stadt die wir gründen könnten hier aber die geht irgendwann unter und das schon auf stufe 1 heißt die würde sich gar nicht lohnen so was sind hier der der bietet sich ein bisschen mehr aber auch nicht so wirklich ja aber bleibt wohl keine andere wahl so wie das aussieht ne dann machen wir den gucken wir dass wir die beiden punkte auch erforschen dann müssen wir da eine stadt gründen roboter bieten expansions punkt so die frage wo können wir denn weiter expandieren mit new berlin also für möglichkeiten haben wir gar nicht das ist die frage die frage aller fragen aber wir holen uns den punkt noch ja doch wir holen uns den punkt setzen da später auch ein ich überlege gerade da können wir höchstens eine stadt gründen ich überlege wo man die halt gut setzen können kann das war ein bisschen weniger hier einfluss kostet zieht die musik wieder an aus dem nichts ich finde das immer lustig es ist das denn hier aus haben wir hier roboter nie wir haben hier keine roboter jetzt könnten wir ausnahmsweise wohnhäuser gebrauchen tritium nitrat okay was haben wir hier wo ganz so viele wunder hier werde hier kann man echt eine wunderbare stadt bauen ist so viel wunder sind immer normal das ist auch ein wunder ich kann noch karten wählen und der rest kann back okay zeigen wo haben wir hier zieht die negativen standortenbruch rund um 1 nehmen wir die busstation mal mit die können wir reparieren die nehmen wir mit da habe ich eine wunderbare idee ich glaube der rest der kann weg ja wie viele minen haben wir denn hier wir haben 1 2 3 4 5 5 minen haben wir mit dieser stadt mit der haben wir nicht so viel da haben wir nur ein kraftwerk weiß ich nicht ob das gar nicht als mine zählt doch wir haben hier auch drei minen ich würde auch nicht so viel machen haben wir denn hier auch zwei minen nur eine mine aber hier 1 nee 1 2 3 4 5 ja hier könnte es sich echt schon lohnen wenn wir ein gebäude austauschen ist so die frage welches zentrum für gemeinsames wohnen und dann entfernen wir mal die marscher die überhaupt entfernen jetzt einfach sagen wir bauen den dahin ja tatsache es geht ok hat nicht viel gebracht aber ein bisschen vielleicht war es auch verschwendet ok den nehmen wir jetzt noch mit und den nehmen wir mit in der nächsten runde haben wir hier Roboter wir haben zwei Roboter hier bringt es nicht so viel hier haben wir gar keinen Roboter zeigen oha ganz schön viel kaputt gegangen muss man alles reparieren wir nehmen Wohnmodul lösen den mal auf ah was haben wir noch nicht auf 1 ähm naja können wir uns die Atmosphäre nicht holen wir dürfen das nicht ja doch wir können jetzt ja verkaufen einen einer ist ja ok aber wir können auch einen Silikat verkaufen aber in der Hand habe ich gar nicht dran gedacht ähm gucken wir dass wir den Lebenskomfort verbessern und hier oh das ist eigentlich doof ich bin schon echt überlegen hier ne da die Stadt zu gründen ich glaube das machen wir auch müssen wir nur den erforschen aber der geht unter bei Stufe 2 ich will halt keine Energie reinschweren für eine Stadt die eh im Untergang geweiht ist da sehe ich echt nicht viel Sinn da drin so wir können immer noch einen Punkt auswählen ne aber der kommt erst mal weg ne handeln können wir nicht mehr Import Export wir importieren zu viel ne müssen wir mehr importieren hm importieren wir mal mehr Nahrung schon wieder die kommen aber ganz schön häufig finde ich nicht so schön oh das sieht nicht gut aus oh das ist schwierig oh das wusste ich gar nicht wir haben kein Nitrat hier sind keine Schäden aber sonst sind ja auch keine Schäden entstanden was ist denn wenn wir hoppla wenn wir wobei wir können ja hier keinen Punkt mehr wählen hier können wir noch einen Punkt wählen das ist aber auch nicht so viel können wir gründen ah den können wir jetzt gar nicht ja wir können gar nicht eine Stadt gründen hm es soll trotzdem Punkt wählen um uns Nitrat vielleicht können wir dann auch die okay das können wir jetzt nicht machen äh nehmen wir die Bakterien wieder Schäden oh Leute das sieht nicht gut aus das sieht absolut nicht gut aus aber wir gründen jetzt hier erstmal eine Stadt ähm einmal auswählen ne gefällt mir alles nicht äh du bist wieder Kiel und Kiel ist hellblau so Kiel ist hellblau das heißt du kommst jetzt erstmal dahin ach so wir können kein Gebäude bauen dort ähm wir haben auch keine Häuser zur Verfügung doch haben wir eins aber wahrscheinlich sind eh in zwei Runden vorbei schade aber ich finde das so gut an so ich muss Ressourcen loswerden ähm nee die können wir nicht tauschen wobei doch die nee da haben wir trotzdem die das Gebiet ach das tut so alles nix oh man äh nehmen die Tierverteiler raus ach gut ja super von Regen in die Traufe wie immer erst mal erst mal gibt es dann schön was positives und dann gibt es einen Schlag in die Magen gegen so dass das wieder richtig schön negativ kommt ach ich liebe es ne wir haben einfach nicht genug Nahrung unterstützung entfernte Standorte ok wir haben da auch das Ding das wir pro Roboter gibt es einen Leben Komfort so wenn wir den hier abreißen äh der kommt weg so den reißen wir ab ähm können wir erst trotzdem nichts neues bauen ok ja Titan sieht auch schlecht aus könnten höchstens noch weiter expandieren aber ich weiß nicht ob das so sinnvoll ist der Sauerstoff haben wir voll aber der Rest halt nicht oh man da habe ich mir echt Herausforderungen genommen naja achso deswegen habe ich zwei Punkte ach die brauchen beide Nitrat ne Tritium ach komm dann kriegen sie dann kriegen sie ein wenigstens ah ich muss was los werden Moment haben wir hier nicht die Bäder ne da haben wir sie nicht Wahnsinn ach ne ich meinte hier die die da die meinten wir könnten wir sie können wir die eigentlich benutzen gibt Wasserschaft äh ganz ruhig können wir den eigentlich mal hier hinbauen haben wir jetzt etwas von machen wir auch gleich was trotzdem was los werden jetzt komm werden wir einen Raumhafen los können wir eh nichts überhaupt gebrauchen und ein einen Pflanzenverteiler werden wir los die negative Strahlung könnten wir los werden achso Moment machen wir anders machen wir erstmal das Bakterien können wir verteilen ähm na verteilen wir doch mal Bakterien äh da haben wir noch nichts verteilt dann machen wir das nochmal so ich wollte bevor ich jetzt irgendwas anders mache tauschen ne packen wir den woanders hin packen den hier hin und bauen den hier hin kriegen wir auch ein bisschen positiveres was soll ich sagen Feedback äh den ey den bauen wir da hin ich suche das gerade alles nur noch hinaus zu zögern ähm so ne den brauchen wir gar nicht hier ähm sonst haben wir gar nichts hier ne einen Expansionspunkt den werde ich aber nicht benutzen weil das eh schon so blöd ist gerade so da können wir noch ein Canyon erforschen da kriegen wir auch nochmal ein bisschen Unterstützung müssen uns jetzt echt ein bisschen um die Unterstützung kümmern Karte den nehmen wir den nehmen wir nicht ein Lebenskomfort je Nahrung die in der Stadt produziert wird den nehmen wir ähm und gucken mal dass wir den hier hinsetzen weil wir produzieren ja hier viele Nahrung kriegen wir auch ein bisschen Lebenskomfort was das auch ach so ich kann noch Forschung auswählen da können aber alles weg dann gehen wir hier noch Punkte drauf so neue Anpürer wählen neue Standortaufwertung dauerhafte Brunnen und eine Unterstützung je 20 neue Ressourcen die du transportierst um ein Weltraumprojekt voranzutreiben ne dann nehmen wir ihn dann nehmen wir ihn und den müssten wir eigentlich auch nehmen oh den nehmen wir den nehmen wir und den nehmen wir eigentlich müsste man auch den nehmen aber den nehmen wir jetzt nicht ähm der ist auf jeden Fall besser als der hier das heißt den bauen wir hier hin so dann haben wir da die negative Auswirkung weg dann nehmen wir mal den Kenia mit verbessert Lebenskomfort und hier nehmen wir noch den dazu dann bauen wir da eine Mine ich habe hier noch ein bisschen Unterstützung dabei hier können wir noch ein Haus bauen das machen wir auch da müssen wir irgendwas auch noch mit fruchtbarem Boden machen so okay gut hier können wir erst mal nichts mehr bauen wir nehmen den und werden uns wenigstens mehr Projekte vorgeschlagen okay oh Leute oh Leute es sieht nicht schön aus ganz und gar nicht und wir noch einen das ist ja das ist ja nicht so das ist ja Oh Mann, ich bin ein bisschen am verzweifeln, aber ich glaube, das wird mit dieser Runde auch leider nichts. Roboter holen. Wir können wieder ein bisschen, wir können ein bisschen wieder Handel betreiben. Hm, da wäre ich auch dafür, dass wir uns mehr Titan holen. Wollen wir hier mal einen Roboter haben? Und können wir uns die beiden Punkte holen? Ich weiß nicht, ob das was uns bringt auf Dauer gesehen. Wir können eine Forschungsstation bauen, aber die brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, okay. Ach, Mann. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Kater gerade. Da läuft hier einfach querbeet ein. Ach, Import-Export. Das stimmt nicht. Ich kaufe nicht genug. Nee, ich verkaufe zu... Moment. Ich muss was verkaufen auch wieder. Okay. Äh, dann halt mehr Forschung. So. Ah, schön. Jetzt geht er einfach ins Windows. Oh, Cutter. Ja, so. Ich glaube, er will nicht, dass ich weiterspiele. Ich merke das schon. So. Okay. Ah. Ja, ja. Die Probleme mit den Tieren. Wobei, mein Haustier ist nie ein Problem. So. Eine Runde weiter. Oh Gott. Es gab 200 Unterstützung. Öko Häuser. Bäder. Nee. Kuppelpark. Erstmal die Öko Häuser. Kulturfleischlabor. Ja, das war es erstmal. Ach, guck mal. Das hat auch einen lebenskomfort. Ein bisschen was gebracht. Uhu. Moment. Wie sieht das jetzt hier aus? Okay. Da können wir keine Stadt mehr bauen. Aber hier können wir Nahrung produzieren. Dann gehen wir mal hierhin zurück. Gucken wir mal, dass wir hier auch noch ein Haus bauen. Und den setzen wir auch mal hin. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Auswahl. Dazu erforschen wir jetzt noch den. Also entdecken er den. Und wir müssen auch noch. Also zumindest würde ich das ganz gerne. Ach, da ist ein Sturm. Okay. Einen von denen hier entdecken. Okay. Können wir hier noch einen Punkt ausfinden. Machen wir den. Äh, ja. Dann können wir eigentlich diese Projekte hier. Haben wir einen Berg? Nee. Keinen Berg in der Nähe. Schade. Okay. Ähm, dann können die eigentlich weg. Zeigen. Okay, es gibt schon wieder Schäden. Äh, reparieren. Ach komm, die Unterstützung können wir hier gebrauchen. Genauso wie... Haben wir denn da viele Einwohner? Nee, gar nicht mal so viele. Da haben wir, glaube ich, hier mehr. Ja. Können wir uns hier noch Unterstützung holen? Oh Gott, das gab 60. Wie geil ist das denn? Achso, wir können einfach nur... Ach, bin ich doof. Ach, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Da habe ich auch was Schönes vor. Atmosphäre und Sauerstoff. Ja, Sauerstoff. Ja, Sauerstoff. Die haben wir beide voll. Oh Mann. Ähm... Kaufen wir mal kein Titan ein, sondern... Kaufen Wasser dafür ein. Beziehungsweise... Beziehungsweise nähen nicht ganz. Machen das so. So. So lassen wir das jetzt. Ja, ist ja gut. Die Karten müssen wir noch loswerden. Oh, ein Erkundungssatellit. Den nehmen wir mit. Nee, den können wir eigentlich nicht gebrauchen jetzt gerade. Kann aber Bakterien wieder verteilen. Dann machen wir doch mal. Ähm... Klimazone steigern. Da ist es ein bisschen kalt. Vielleicht können wir das dadurch etwas ändern. So, wir brauchen ein bisschen mehr Auswahl. Und dann verabschiede ich mich mit der Folge. Ähm... Müssen wir noch ein bisschen hier Unterstützung holen. Das machen wir jetzt noch. Ähm... Machen wir hier. Ah, guck mal. Da können wir eine schöne Stadt gründen. Gut. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Glaubt euch wohl. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.